Servus zusammen, ich begrüße euch recht herzlich. Wieder mal ein bisschen andere Location. Diesmal in der Küche bzw. in der neuen Küche im Haus. Ihr kanntet ja ein paar Videos, wo ich in der alten Küche immer mal ein bisschen Videos gemacht habe bzw. etwas gezeigt habe. Da habe ich das immer so als Rückzugsort genutzt. Ja und ihr wisst, Winterzeit ist bei mir immer ein bisschen Vorbereitungszeit, Teckelzeit, aber auch Futterzeit. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Wintertage nutze, also die wirklich kalten Tage, wo ich einfach nicht rausgehe, wie ich diese nutze und mein Futter, meine Partikel und alles ein bisschen fürs Frühjahr, fürs Sommer, für die schnellen Ansätze vorbereite, wie ich das verfeine und ja alles was damit zusammenhängt, das seht ihr im heutigen Video. Im Endeffekt beginnt alles schon, ja ich sag mal zwei, drei, vier Tage vorher. Ich habe hier drei Eimer stehen. Ich habe hier meinen Mais schon mal ins Wasser eingelegt. Den lasse ich einfach mal drei, vier Tage vorher schon mal ziehen. Dann habe ich hier hinten die Tigernüsse und hier den Hanf, den muss ich dann auch noch kochen, beziehungsweise ich komme dann in den nächsten Topf, hier dann noch den Hanf drin. Da lasse ich das einfach schon mal ziehen und somit können sich die Partikel einfach schon mal vollsaugen mit Wasser und es ist einfach ein bisschen schonender, wie wenn ich jetzt ja auch die harten Partikel gleich in den Kochtopf haue oder mit heißem Wasser übergieße und dann ziehen lasse. So können sie sich einfach in Ruhe einfach ein bisschen schon mal vollsaugen, ein bisschen vom Volumen her ein bisschen erweitern und wenn ich sie dann in den Kochtopf haue, muss ich sie auch nicht eine dreiviertel Stunde lang oder eine Stunde kochen, sondern es reicht manchmal sogar schon 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem wie sie sich halt bei der Temperatur, wo sie gelagert worden sind, vollgesaugt haben. Jetzt im Winter natürlich in der Garage, da hat man auch nur fünf Grad, vielleicht manchmal acht Grad, zehn Grad dauert das Ganze natürlich auch länger. Also da sind vier Tage vielleicht wie im Sommer zwei Tage, so sage ich jetzt einfach mal und wie gesagt, da habe ich die Partikel schon mal ziehen lassen, dann hole ich sie da raus und dann geht es ab in die Küche in den Kochtopf, da verfeinere ich sie dann noch bzw. nach dem Kochen, wenn sie verfeinert und wie ich das jetzt alles mache, was da noch reinkommt und wie ich mir dann diese kleinen Kilo Bags, die ich mache im Endeffekt, wie ich mir die zubereite, wie ich die lagere und wie das alles passiert, das zeige ich euch jetzt da gleich. Ich habe gerade im Vorfeld schon gezeigt, wie ich letztendlich den Mais bzw. die Partikel, die Tigernüsse und den Hanf, das was ich mir eben vorbereite, wie ich das schon mal vorbehandeln. Wie gesagt, ich weiche mir das beziehungsweise lege mir das drei, vier Tage einfach schon im Vorfeld in Wasser ein und dann koche ich ihm die ja letztendlich noch mal im Kochtopf noch mal richtig durch. Beim Mais ist es so, der bricht dann richtig auf und kriegt noch mal richtig Volumen beim Kochen. Bei den Tigernüssen, die waren einfach, ja ich sage es mal, einfach ein bisschen weich. Man sieht auch hier dann das Wasser von den Tigernüssen, wie richtig die, ja die Inhaltsstoffe, wie sie sich ein bisschen rauswaschen. Bei Mais habe ich jetzt extra Salz rein, damit sich die Inhaltsstoffe nicht so auswaschen, sondern damit das Wasser einfach, ja durch das Salz schon gesättigt ist und somit die ganzen Inhaltsstoffe vom Mais nicht noch rauszieht, sondern dass es eigentlich eher im Mais drin bleibt. Bei Mais habe ich es auch jetzt dieses Mal so gemacht bzw. mache ich es ein bisschen anders wie das letzte Mal. Ich mache mir eine salzige Variante vom Mais und eine süßliche, wo ich dann ein bisschen hier einfach handelsüblichen Vanillezucker eben reingebe oder ich habe hier noch Bittermandel oder so Buttervanille oder so was. Da könnt ihr echt beim Mais und bei den Tigernüssen alles reintun, was ihr im Supermarkt findet. Da sind euch ja zum Verfeinern von den Partikeln keine Grenzen gesetzt. Ihr seht es auch hier schon liegen im Vorfeld, habe ich so Vakuumtüten bzw. Folienbeutel. Damit werde ich mir dann die Partikel einvakuumieren und somit bin ich letztendlich im Sommer und im Frühjahr, bin ich immer schnell, wenn ich einen Kürzsandsitz mache oder sowas, habe ich immer ein, zwei Tüten dabei, nehme die mit und dann bin ich immer schneller am Wasser, kann mir das Bombeutel auch einfach mit der Futterschaufel oder ein bisschen was ins PVA rein. Je nachdem, man ist einfach flexibel, hat ein bisschen Partikel dabei und muss nicht tagelang vorher sich noch irgendwelche Eimer einweichen und zeugen, sondern man ist einfach spontan und schnell unterwegs. Wie ich das jetzt gleich mache mit den Partikeln bzw. wie ich sie verfeinere, auch wie ich sie vakuumiere und was ihr beim Vakuumieren noch beachten müsst, darauf gehen wir gleich an. Zu der Mais und die Tigernüsse, ich habe jetzt eben schon mal kurz nochmal Wasser nochmal dazu gegeben, weil man sieht dann einfach, dass sich der Mais und die Tigernüsse und das alles immer vollsaugt und das Wasser dann wirklich noch richtig aufnehmen. Wie gesagt, den Mais habe ich gesalzen, da werde ich jetzt die ersten Ladungen, würde ich einfach salzig machen und dann die anderen Ladungen noch ein bisschen mit anderen Sachen verfeinern. Auch bei den Tigernüssen habe ich nochmal ein bisschen Wasser nachgegeben, saugen sich auch nochmal schön voll. Wie gesagt, ist aktuell die Temperatur, wir haben ja überall Minusgrade und es ist gefriert und somit hat es in der Garage natürlich auch, sagen wir mal, 4-5 Grad und wenn die dann sich in den Eimer befinden, die Partikel, dann nehmen die das Wasser nicht so gut auf natürlich, wie wenn es, ich sage mal, warm wäre, irgendwas mit 15, 20 Grad, wie wenn wir uns im Sommer befinden würden. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Partikel raus. Ich schaue jetzt mal, wie die von der Konsistenz schon sind. Die Tigernüsse sind schon weit, kann man schon kauen. Wie gesagt, man kann auch hier gucken, ich zeige es euch auch gleich mal in der Aufnahme, wenn ihr jetzt seht, dass der Mais ja schon aufgebrochen ist, letztendlich. Ich muss mal schauen, ob er es fokussiert und dann seht ihr hier an dieser Stelle, wenn er es schön fokussiert, genau, seht ihr jetzt, der Mais ist schon aufgebrochen. Also das ist eigentlich so das Indiz dafür oder das Anzeichen, dass ihr wisst, okay, ist jetzt fertig, kann ich raus tun, brauche ich nicht noch weiter bearbeiten. Ihr seht, das war das ganze Maiskorn und der platzt dann, der poppt dann, wie Popcorn, poppt der dann auf und dann wisst ihr einfach, okay, dass das Ganze fertig ist. Somit kann ich jetzt die erste Ladung ja schon mal ausstellen. Auch die Tigernüsse nehme ich jetzt raus, passen auch von der Konsistenz her und dann fülle ich mir die einfach, fülle ich mir die einfach in diese Eimer hier ab. Was ganz wichtig ist, beziehungsweise, was ich euch ja schon gesagt habe, was ich mit den Partikeln mache, ich vakuumiere die mir, auf das Vakuumiergerät, auf was ihr da beachten müsst, auf die Beutel und alles was damit zusammenhängt, da gehe ich gleich drauf ein. Was ganz wichtig ist, beziehungsweise essentiell ist, ihr müsst die Partikel einfach noch abkühlen lassen. Wenn ihr euch die jetzt da reinpackt, direkt in den Vakuumbeutel oder in so, ich habe auch hier noch so Ikea Zipperbeutel, gibt ja im Endeffekt auch noch welche, die haben hier diesen Riegel oder eben diese normalen. Wenn ihr das Zeug da reinpackt und luftdicht verschließt und das ist noch warm, dann dehnt sich das aus und dann tut es irgendwo einen Schlag, egal wo es hinliegt und dann habt ihr die ganze Brühe da liegen, weil mit dem Ausdehnen natürlich packt das die Tüte nicht und auch der Vakuumbeutel nicht. Drum in die Eimer rein und kalten lassen. Ich fülle es jetzt schnell um und setze die nächste Ladung an und dann gehen wir ans Vakuumieren. So, die erste Ladung kommt in die Eimer mit rein. Nehmen wir uns mal das Ganze hier, fangen wir mit dem Mais an. Da ist es jetzt egal, wie gesagt, ihr müsst bloß aufpassen, schüttet das Wasser bzw. die Brühe mal vorab ein bisschen raus. Wenn da das eine oder andere Korn mit rausfällt, ist es völlig egal. Aber für die nächste Ladung nehme ich eh wieder frisches Wasser, weil sonst gammelt sich das einfach unten in den Topf auch mit rein. Und somit kommt die Ladung jetzt hier mit rein. Dann machen wir uns den mal hier komplett rein. Ja, schaut richtig gut aus. Also bin echt begeistert. Spielen wir den Topf gleich mal aus. Der kann gleich wieder hier hin. Und Tigernüsse das Gleiche. Auch wieder ein bisschen vorher die Soße ein bisschen abschöpfen. Wie gesagt, wenn die eine oder andere Nuss da rausfällt, ist es nicht wirklich schlimm. So, dann natürlich das Gleiche. Auch hier ein bisschen wieder den Topf ein bisschen ausschränken. Und jetzt haben wir wirklich hier schon die erste kleine Ladung, haben wir hier schon fertig. Ich zeige hier die Tigernüsse drin letztendlich. Und hier der richtig geile Mais. Also man kann da echt, wenn man auch den Mais probiert, der ist richtig geil salzig. Also schmeckt wie salziges Popcorn. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht noch ein bisschen was nach reinmachen muss. Aber der nimmt das vom Wasser so an und ist perfekt vom Garpump. Also richtig schön aufgebrochen. Seht ihr nochmal, der ist wirklich richtig, richtig geil. Schön aufgebrochen. Also schaut super aus. Und den stelle ich jetzt raus, beziehungsweise die zwei Eimer, stelle ich jetzt raus von der Tür, dass ich die noch ein bisschen abkühlen kann. Setze die nächste Ladung auf und dann hoffe ich, dass die so weit sind, dass wir sie vakuumieren können. Ja, was gibt es zu sagen? Die eine Ladung habe ich jetzt mal rausgestellt. Die muss jetzt ein bisschen abkühlen. Das dauert ein bisschen. Ich konnte im Vorfeld jetzt nicht so viel vorbereiten, beziehungsweise bin ich sehr schnell hier eingestiegen und habe noch nichts kaltgestellt. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt hier die neue Ladung Mais im Endeffekt rein. Hier habe ich jetzt statt Mais ein bisschen Hanf rein. Wollte ich euch eben zeigen, dass ihr beim Hanf einfach ein bisschen was beachten müsst. Sondern den Hanf, den müsst ihr nicht so extrem aufkochen wie jetzt zum Beispiel den Mais oder die Tigernüsse. Weil er ja vom Korn her eh schon recht klein ist. Der war auch letztendlich drei bis vier Tage eingelegen im Wasser wie die anderen. Aber beim Hanf hat man schon gesehen, also der hat sich richtig ausgewaschen, beziehungsweise hat sich das Wasser richtig verfärbt. Da sind die Inhaltsstoffe schon ein bisschen ausgewaschen, beziehungsweise rausgezogen. Da tue ich jetzt auch nichts rein. Also da mache ich weder irgendein Butteraroma noch Salz, sondern irgendwas hin. Sondern den Hanf, den koche ich mir ein bisschen auf. Und lasse den dann einfach so wie er ist und vakuumiere mir den auch mit. Die letzten Male hatte ich es immer gemacht, dass ich mir so Mischbags gemacht habe. Zum Beispiel einen Back mit Hanf, einen mit Mais, den anderen mit Tigernüssen und das alles beziehungsweise alles in einen gemischt habe. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Habe ich vor, dass ich einfach separat mache. Weil gerade im Frühjahr oder im Sommer auch oder beziehungsweise bei manchen Kurzansitzen, ja, will man vielleicht nur mit Mais einfach rausgehen und so hatte ich immer nur komplett gemischte. Und ja, ich sage mal keine einzelnen. Und da ich jetzt eh welche mit Salz mache, wo wir gerade beim Salz sind, hier einfach noch ein bisschen Salz reinhauen. Dann könnt ihr stinknormales Jodsalz einfach nehmen aus dem Discounter, aus dem Supermarkt. Völlig egal. Und wenn da ein bisschen mehr drin ist, macht es auch nichts aus. Sorry. Aber wie gesagt, der soll richtig salzig werden, weil ich mir dadurch auch ein bisschen Lockwirkung erhoffe, wenn er am Platz ist. Man kennt es ja auch von den gesalzenen Boilies. Wenn man die aus der Packung nimmt, beziehungsweise die ans Haar hängt oder rausbringt oder auch anfüttert, da hängt ja auch jede Menge Salz dran und Salz ist einfach ein Geschmacksträger. Und ja, darum gehe ich da mal ein bisschen auf die salzige Schiene dieses Jahr. Von dem her, ja. Wie gesagt, da jetzt der Hanf, da jetzt nochmal der salzige Mais. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf das Vakuumiergerät ein. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, ja, hat der einen an der Waffel und kocht sich hier das mit Töpfen? Und ja, manch einer hat vielleicht auch so große Einmachtöpfe, wo man unten auch mit Holz schüttet oder auch mit Gas oder gibt ja auch mittlerweile schon welche mit Strom. Aber ich habe keine so gusseisernen großen Töpfe, wo ich mir rausstellen kann und dann hier aufkochen kann. Und somit muss ich einfach ein bisschen improvisieren, lege mir die ins Wasser ein, koche die dann in kleine Mengen. Immer ein bisschen was, vier, fünf Töpfe je Geschmacksrichtung auf. Und dann ist das mal ein Nachmittag und dann ist die Sache auch erledigt. Muss man sich jetzt nicht irgendwie für ein paar hundert Euro so einen großen, teuren Topf kaufen. Das ist eigentlich Quatsch. Da würde ich dann lieber, wie ich schon gesagt habe, auf die Schiene gehen. Wie halte ich mir das Zeug gut beziehungsweise lange haltbar? Und ihr kennt es aus einem anderen Video schon mal von mir. Ich habe mir hier, ja, vor wirklich langer, langer Zeit, habe ich mir hier so von, muss ich selber mal gucken. Caso ist das hier, Caso V10 heißt jetzt der, VC10. Und das ist ein, ja, stinknormales Vakuumiergerät. Hat im Endeffekt, ja, hier diese Saugauflage beziehungsweise oben dann die Drahtspur zum Verschweißen. Und da hole ich mir einfach, ja, die habe ich jetzt bei Amazon habe ich mir die günstige gekauft, auch von Caso. Ein paar Vakuumbeutel, es gibt auch welche, das sind dann komplette Rollen. Da könnt ihr es euch so abschneiden, wie ihr es braucht und auch von der Größe her so variieren, wie ihr es braucht. Könntet ihr euch zum Beispiel auch zwei oder drei oder vier Kilos machen. Aber diese Größe hier, die sind jetzt, ja, 20 x 30. Also die sind wirklich nicht klein und haben hier bis jetzt immer ausgereicht. Ist auch jede Menge drin und kostet fast nichts. Also da könnt ihr euch zu Tode vakuumieren. Und ich zeige es euch mal. Das sind dann im Endeffekt diese Vakuum-Bags. Die haue ich mir komplett voll. Ja, und da bringe ich, muss ich mal gucken, bei den letzten, was ich gemacht habe, habe ich variiert, mal ein halbes Kilo, mal ein Kilo. Testen wir jetzt gleich mal, was hier reingeht. An Meistern zum Beispiel oder an Tigernissen. Und dann hauen wir das da mal rein. Die sind jetzt, wie gesagt, auf einer Seite schon vorverschweißt. Die Rollen, wenn ihr habt, müsst ihr halt im Endeffekt noch auf einer Seite zu machen und dann könnt ihr auf der einen Seite einfüllen. Bei denen sind jetzt hier noch Etiketten dabei und sowas. Aber ja, ganzen Quatsch braucht ihr nicht. Hier hatte ich mir mal noch ein bisschen kleinere geholt, aber die sind schon recht klein. Also da würde ich mir vielleicht so ein paar Boilies mal ein bisschen pimpen und die dann vakuumieren. Und zum Vakuumieren ist es auch nochmal so ein Thema. Ich vakuumiere mir die Sachen und friere sie dann aber dennoch ein. Jetzt bei den Partikeln, jetzt zum Beispiel wie bei dem Hanf, da hätte ich kein Problem oder keine Sorge, dass das Gerät das Vakuum komplett rauszieht und somit auch wirklich fast keine Luft mehr drin ist. Gerade bei den Tigernissen, die sind doch ein bisschen rund. Und ich kenne es auch von den Boilies her, wenn ich die einvakuumiere und nur eben vakuumiere, gerade mit den runden Körpern. Also das ist ja logisch, wenn alles rund ist, dann ist es schwierig, die ganze Luft rauszukriegen mit vielleicht auch so einem kleinen Gerät. Es gibt ja auch Geräte, mit denen können wir Flüssigkeiten dann noch einvakuumieren und so weiter. Da muss man hier ein bisschen aufpassen, das erkläre ich euch gleich. Aber wie gesagt, dann nehme ich mir die Teile. Ich habe hinten einen Frierschrank stehen. Da sind eh ein paar Sachen drin, auch Lebensmittel, aber es macht ja nächstes Jahr vakuumiert hier. Die haue ich dann da rein und somit ist es gefroren, vakuumiert und das Zeug hält wirklich ein, zwei Jahre. Könnt ihr das da drin lassen, das verdrippt euch nicht. Also ihr habt immer Material, was ihr verwenden könnt. Im Sommer hatte ich es auch schon mal ganz cool gemacht, dass ich mir dann die gefrorenen Maisbeutel aufgeschnitten habe am Wasser. Die waren dann immer noch gefroren, obwohl ich vielleicht schon mal ein, zwei Stunden am Wasser war. Und dann habt ihr letztendlich einfach Eisklumpen. Und den Klumpen könnt ihr ins warme Wasser richtig schön weit rausbringen, ob ihr das jetzt mit der Schleuder macht, mit der Schaufel oder einfach Werft. Und somit habt ihr richtige Brocken, sage ich mal, von Mais an einer Stelle. Mit dem Wasser taugen die ja auf und verteilt sich dann am Grund. Also es ist richtig coole Sache, gerade mit den gefrorenen Teilen. Und somit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht sogar drei und von dem her. Ich finde es eine tolle Sache. Probiert es aus, wie ihr es findet, beziehungsweise was es bei euch für einen Eindruck macht. Vielleicht habt ihr ja auch eine ganz andere Taktik. Schreibt einfach ein bisschen unten was in den Text rein, ein paar Kommentare. Würde mich auch interessieren, wie es der ein oder andere von euch macht. Und vielleicht probiere ich es dann auch mal aus. Kann ich mal ein Video darüber machen und erwähne euch dann auch mal. Natürlich lieben gern. Von dem her rühre ich jetzt hier nochmal schnell um. Dann geht es nochmal raus zu der aktuellen Mische, die draußen abkühlt. Und dann werden wir mal die ersten Bags mal vakuumieren. Wie gesagt, hier beim Hanf, der braucht wirklich nicht lang. Also das Wasser ist schon richtig heiß und der schwimmt auch nicht oben oder sonst irgendwas. Sondern den koche ich einfach mal, 15 Minuten würde ich jetzt mal sagen, koche ich den einfach mal auf. Und dann fülle ich mir den ab. Ich habe mir jetzt ein bisschen Mais draußen rausgeholt, weil es doch, ja, es ist nicht mehr heiß, aber ein bisschen warm ist es noch. Aber es geht schon zum Verarbeiten, also es ist jetzt nicht so, dass ich es hier nochmal zu ausdehnen würde. Und zwar haue ich mir jetzt hier, wir wollten ja mal gucken, im Endeffekt, wie viel da reingeht, beziehungsweise wie viel Gramm wir da reinkriegen. Schnappen wir uns mal die kleine Waage noch dazu. Ja, und jetzt ganz normal wie gehabt, einfach das ganze Zeug da reinlöffeln. Und dann schauen wir mal, wie viel wir da rein kriegen. Wie gesagt, es gibt bei den Bags gibt es verschiedene, also von den Größen her und auch von den, ja ich sag mal, Stärken her. Mal schauen, dass wir da nicht zu viel Sauerei machen. Aber das gehört dann doch wieder dazu. Und zwar schaut da einfach mal auf die, ja, ich sag jetzt mal auf die Festigkeit von den Folien. Ich hatte auch schon welche, die waren wirklich, wie soll ich sagen, wirklich labil. Also da ist nicht viel reingegangen, weil sie dann sofort aufgerissen sind, beziehungsweise waren sie einfach dünn von der Haptik auch her. Und ja, fand ich da nicht so gut. Darum habe ich mir jetzt dieses Mal wieder Markenfolien gekauft. Das sind jetzt halt von Caso die gleiche Marke wie das Gerät. Aber letztendlich macht es keinen Unterschied. Gibt es vielleicht noch günstigere Amazon oder auch mit den Bewertungen aufpassen. Jetzt haben wir schon 600 Gramm drin. Also ich würde jetzt hier wirklich das Kilo mal voll machen. Ich schaue jetzt, dass ich die Flüssigkeit eben nicht hier mit rein kippe, sondern dass die hier unten in dem Behälter bleibt. Es gibt Unterschiede bei den Vakuumiergeräten. Das hatte ich gesagt gehabt, manche, denen macht das nichts aus. Die ziehen die Flüssigkeit im Endeffekt dann halt mit raus. Bei dem günstigen Gerät jetzt wird einfach die Flüssigkeit hier in dem Gerät sich sammeln, beziehungsweise wird die ganze Soße dann da runterlaufen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen aufpassen, dass ihr da eben mit der Soße aufpasst. So, jetzt haben wir genau ein Kilo. Zählen wir mal da hin. Und wie ihr seht, ist es eigentlich schon, ich sage jetzt mal, ja, kompakte Größe. Man kann sich das jetzt dann eben im Endeffekt noch so hindrücken, wie man es braucht letztendlich. Ihr könnt jetzt dann einfach noch ein bisschen plätten beim Vakuumieren. Und jetzt schneiden wir das ganze Gerät hier mal dran. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr hier, ich sage mal, viel Flüssigkeit drin habt, das seht ihr ja unten, dann könnt ihr euch das ganze Ding auch einfach so ins Vakuumiergerät legen, über die Kante legen. Ich zeige es euch dann auch nochmal in der Nahaufnahme. Und dann die Luft raussaugen, weil dann bleibt die Flüssigkeit unten, weil die schwerer ist wie die Luft und das Vakuumiergerät kann die gar nicht ansaugen. Ist natürlich auch keine schlechte Sache in dem Sinne. So, und dann einfach zusammenklappen. Könnt ihr euch das ganze noch ein bisschen, ja, ich sage mal, breit drücken, beziehungsweise euch noch ein bisschen ausbreiten, dass ihr halt ein gerades Beck dann am Schluss bekommt. Und dann geht es auch schon los. Könnt ihr auch immer noch ein bisschen drücken dabei. Zack. Ja, was soll man sagen? Fertig ist das Beck. Also, richtig, richtig geile Sache. Mir taugt das echt wie die Sau. Das sind so kompakte Teile, auch wenn ich angehe, die haue ich mir in die Tasche oder einfach schnell in den Eimer rein. Wenn ich am Platz bin, schneide ich es mir auf. Den Müllbeutel habe ich eh immer dabei. Und ja, wie gesagt, da nochmal den Appell an alle. Packt euer Zeugs dann letztendlich wieder ein, wenn ihr was dabei habt, beziehungsweise nehmt den Müll wieder mit. Aber das ist wirklich eine richtig, richtig geile Sache. Ihr taugt es ohne Ende. Ihr merkt es schon. Und wie gesagt, der Mais ist jetzt dann gleich fertig. Und auch der Hanf, den muss ich jetzt raus tun. Ich sehe schon, das Wasser verfärbt sich schon deutlich. Den holen wir jetzt raus. Und ja, das geht dann, so wie es ist. Kann jetzt noch ein bisschen abkühlen. Leg ich einfach da hin. Kann auch ein bisschen abkühlen. Und dann geht es ab in den Gefrierschrank. Jetzt hole ich mal noch die Tigernüsse. Mach es nochmal mit den Tigernüssen. Und zeig es euch auch nochmal mit dem Hanf dann. Und das ist das ganze Hexenwerk. Ich habe jetzt die Tigernüsse geholt. Die sind richtig schön abgekühlt. Also perfekt. Ich brauche jetzt bloß nochmal den Löffel hier zu. Und ja, wie gesagt, den Mais haben wir abgepackt. Also war es richtig, richtig gut geworden. Jetzt packen wir hier mal die ersten Ladungen Tigernüsse rein. Der Hanf muss natürlich jetzt noch ein bisschen abkühlen. Wird alles dazu. Wie gesagt, ich schaue immer, dass ich nicht zu viel Soße mit rein bekomme in die Tüte. Wenn jetzt da ein bisschen Flüssigkeit mit rein geht, dann macht es auch nichts. Bei dem Caso habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt auch, wenn ihr merkt, er hat jetzt gut angezogen, beziehungsweise es war schon rausgesaugt. Könnt ihr auch direkt dann auf Verschweißen klicken. Und dann habt ihr da keine Probleme. Und somit den nächsten Packen voll mit Tigernüssen. Also wie gesagt, ich finde das eine mega geile Sache. Ich friere mir die Beutel dann auch dementsprechend ein. Hier, wenn wir jetzt mal schauen, ein Kilo Mais, ein Kilo Tigernüsse. Und sowas könnt ihr euch mitnehmen. Einfach in den Rucksack packen oder sonst irgendwas. Und wenn es eingefroren ist, könnt ihr es, wie gesagt, noch als gefrorene Bollen ins Wasser schmeißen. Finde ich eine richtig coole Sache. Ansonsten habe ich euch alles gezeigt. Denke ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier drüben seht ihr noch ein bisschen Robin Red. Und ja, alles, was noch steht, noch ein bisschen Hanf. Wollte ich noch ein bisschen verfeinern. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen was rein tue. Dass es noch mal ein bisschen so ein Kick gibt, das Ganze. Das letzte Mal hatte ich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Ground Paint vakuumiert, beziehungsweise mir das in so kleine Packen verpackt, beziehungsweise Packages gemacht. Und euch ist da wirklich, ja, die Tür offen. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ich hatte mir da ein bisschen, ja, Focal Futter habe ich mir gemixt im Mixer. Und hab dann noch ein bisschen Robin Red mit rein. Und vielleicht noch ein bisschen Eifutter. Oder auch Sachen aus dem Supermarkt, was ihr gerade findet. Und das könnt ihr da mit reinhauen. Könnt ihr euch zum Beispiel auch ein Ground Paint machen, das einvakuumieren. Natürlich sagt der eine oder andere, ja, das ist ein Haufen Plastikmüll. Aber ja, letztendlich werden wir unter dem Jahr ein bisschen sparen. Dann kann man sich sowas auch mal gönnen, wenn es der eine oder andere ein bisschen kritischer sieht. Das war es zum Thema Partikel am heutigen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen, ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Und vielleicht auch so die eine oder andere Idee, den einen oder anderen Gedankenstoß geben. Probiert es aus. Auch wenn ihr es probiert habt, über ein paar Kommentare wäre ich euch dankbar bzw. freue ich mich. Schreibt einfach was unter das Video drunter. Es kommen jetzt wieder ein bisschen mehr Videos in diesem Jahr bzw. Anfang des Jahres. Der eine oder andere hat schon seinen ersten Fisch gefangen, hat schon Videos gepostet, Bilder gemacht. Und ja, erster Fisch 2020. Ich lasse das Jahr ein bisschen ruhiger angehen. Bei mir steht jetzt das Jahr bzw. der Anfang vom Jahr steht ein bisschen im Thema Futter. Im nächsten Video, ich muss mal schauen, ob ich es innerhalb von einer Woche schaffe bzw. zwei Wochen habe ich es auf jeden Fall vor, möchte ich auf das Thema eigene Boily Herstellung eingehen. Es gibt ja auch schon zig Videos dazu, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und es ist eigentlich auch so mein Projekt für dieses Jahr 2020. Mit meinen eigenen kreierten Boily mixen und letztendlich eigens gerollten Boilies dann auch im Jahr 2020 fischen gehen und damit Fische fangen und mit keinem dazugekauften Boilies. Ich bin gespannt, ob es funktioniert, ob es klappt. Ich habe mir da jede Menge Einzelfuttermittel das letztes Mal besorgt. Das hatte ich auf Instagram auch ein kurzes Video gemacht, ein bisschen was gepostet. Ich war dazu beim Olli von Kingbaits. Der hat mir da die Einzelfuttermittel zusammengepackt. Nichts gesponsert, alles im Eigenerwerb. Somit auch nur bedingt die Schleichwerbung. Aber da gibt es im nächsten Video wirklich was, wo ich euch teilhaben lassen will, wenn ich die Boilies mache. Die Boilies rollen, die Mixer erstellen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Probiert es aus. Schreibt das in die Kommentare. Auf Instagram halte ich euch immer ein bisschen auf dem Laufenden. Unten findet ihr ein Abo. Oben gibt es weitere Videos. Vielleicht die Glocke nicht vergessen. Seid ihr immer auf dem Laufenden. Wird ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Somit wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Ist ja schon Ende Januar, aber dennoch. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.